Jetzt zeige ich euch eine einzigartige Puntin von Clippix und zwar das Sinkboard. Bevor ich anfange, brauche ich ein Clipboard. Ich habe schon einige Ideen für den Geburtstag meines Vaters gesammelt. Ich benenne also dieses Clipboard um und speichere es. Jetzt teile ich dieses Clipboard mit meiner Schwester, weil ich nicht nur will, dass sie meine Ideen sieht, sondern sie auch kommentieren und ihre eigenen hinzufügen kann. In der oberen linken Ecke drücke ich auf den Teilen-Button. Jetzt gebe ich den Namen meiner Schwester ein, die ebenfalls bei Clippix angemeldet ist. Okay, da ist sie auch schon. Dann kann ich auch noch entscheiden, wer Clips hinzufügen kann, alle Teilnehmer oder nur ich. Für dieses Clipboard wähle ich alle aus, weil ich möchte, dass auch Kate Clips hinzufügen kann, damit sie ihre Ideen kommentieren, wie zum Schluss gemeinsam eine Geschenkidee für unseren Vater bringen wird. Okay, jetzt schreibe ich noch eine persönliche Nachricht und klicke auf Teilen. Kate bekommt jetzt eine Benachrichtigung. Wenn sie diese akzeptiert, können wir zwei anfangen zusammenzuarbeiten und sehen unsere Clips, sobald sie hochgeladen wurden. Ein Sync-Board zu erstellen ist so einfach. Falls ich die Einstellungen für das Sync-Board ändern möchte, Personen hinzufügen oder löschen möchte oder die Benachrichtigungseinstellungen ändern möchte, klicke ich einfach auf den Sync-Button, der nun neben dem Satsphäre-Icon oben auf dem Clipboard erscheint. So einfach ist das.